Alter, wie ich das Geräusch hasse. Du hättest den von oben schlagen können eigentlich, ne? Spielst du, Alter? Der stand hier. So stand er hier. Oh, das ist natürlich nicht vorteilhaft. Dann machen wir da hinten auch noch ein Fanscale. Ja, und dann müssen wir jetzt hier, so, die drei Blöcke, nein, warte mal, lass die drei Blöcke jetzt Wasser machen und dann haben wir da so'n, wir haben praktisch so'n Wasserstrahl. Weißt du? Verstehst du, was ich meine? Mach. Aber, wenn du's machst, dann würd ich ja sehen. Was's up, Bro? Das ist auf der Linie hier. Auf den Koordinaten. Minus sieben. Okay. Alter, du kriegst voll Damage. Ach. Damage. Diep, diep, diep. Weil, man kann schon sagen, dass wir so'n bisschen Erde gewastet haben. Oder, dass ich schon so'n bisschen Erde gewastet habe. Oh, lol. Oh, lol. Ich wollt' hier nicht runter. Ah, Melone. Wie wir beide durch Zufall da runterkommen. Oh, lol, du hast'n Creeper. Oh, boah, ich dachte... Das war'n Baum. Was? Du hast schon wieder deine Pädo-Lache drauf hier. Ah, wie geil. Das war'n Baum. Oh, man. So, wir bauen jetzt zwei... Zwei Erde. Ich guck' mal, ob ich da drunter ein bisschen abgammeln kann. Yes. Zwei Erde. Ich brauch' noch'n Cobblestone. Ich hab' zwei. Was wird das? Das, mein Lieber, ist die genialste Erfindung der Menschheit. Ich muss da jetzt rechts noch einen Cobblestone setzen. Verstehst du, wie ich das meine? So. Und wenn wir raus wollen, können wir einfach hier durch. Und wir können da drüber. Ja, stopp. Wir müssen's oben so machen, dass... ... oben keine Mobs durchkommen. Stimmt. Das muss noch gefixt werden, hier. Ich mach' das mit stylish'n Half-Slaps, natürlich. Slaps, 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 Slaps. Hammer Idee, oder? Jetzt ist die Wahrscheinlichkeit, dass da Creeper explodieren, auf jeden Fall schon mal geringer. Das ist... Hammer. Sehr gut. Also, die explodieren zwar, aber... Guck, die machen keinen Schaden mehr. Also, keinen Explosionsschaden. Oh. Wir gucken jetzt hier, das Monster. Dann stackt das nämlich da oben. Alter, lol, die werden jetzt ertrinken, alle. Wie geil. Alter, das ist perfekt, ne? Das ist ne Mobfalle, Junge. Das ist ne Mobfalle. Ein Hoch auf den ehrwürdigen Peter. Alter, du hast ne Mobfalle gebaut. Alter. Und ich würd' mal sagen, ne verdammt effektive noch dazu. Bis auf Skelette. Wieso? Ja, weil Skelette sich hier vorstellen und dann durchballern, aber... Heißt auch nicht, dass sie das 100% überleben, aber auf jeden Fall ist das schon mal nice. Das ist richtig nice, weil wir dann auch den Stuff bekommen. Mhm. Gut gemacht. Jetzt würd' ich mal Praxistest. So. Lockste die Viecher an? Ja, die kommen hier nicht weiter. Du musst mal zwei Holz holen oder so. Oh, lol, die Spinne hat alle runtergeschubst. Und die Spinne ist die Einzige, die springen kann. Lauf! Ja, bleib mal geschmeidig. Ich bin mal gespannt, ob die ertrinkt. Leute, wo ist sie hin? Where the fuck? Okay. Yo, die ertrinkt auch. Und Fäden. Das ist richtig cool. Alter, wie... Total praktisch. Wie du aus Versehen der Mobfalle gemacht hast. Ja, das ist schon... Oh, zwei Creeper! Zwei Creeper, die meine neue Invasion testen. Alter, hau ab, hau ab! So. Testen, bitte. Loll. Alter, jetzt... Nicht zu nahe rangehen, dann explodieren die, aber dann machten die ja noch nicht mal... Die fotzen ja noch nicht mal was weg, wenn du zu nah rangehst. Das ist ja das echt praktische. Die bekommen aber keinen Schaden irgendwie. Doch, doch. Okay. Selbst wenn nicht, Alter. Achso, die stehen nur daneben. Hä? Schnell, 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 hau ab, hau ab! Hau ab! Wir müssen die Fensters wegmachen. Ja. Wir bräuchten eigentlich Glasblöcke. Dann könnten wir sehen, dass da jemand ist. Wir machen... Okay, es lag nicht in den Fenstern. Es lag daran, dass zwei dran waren. Jo. Aber ich glaube, es lag daran, dass da nur ein Wasserteil drin ist. Ich hör mal gerade was. Ja, komm schnell wieder! Mach das Loch dazu! Wieso? Ja, ich komm hier nicht mehr rein. Oh, beeil dich! Wieso? Wieso kommst du nicht rein? Ja, weil da ein Loch ist, du. Hast du? Ja, gib mir einen Kabel. Wofür? Ja, da ist ein Loch. Au! Machst du ein Fenster? Ne, okay, ich mach. Boah, wer sich nur noch dreht und Schaden kriegt. Ähm. Ja, mach du. Okay. Alter, meinst du, das hat schon mal jemand gemacht, so eine geile Map-Falle? Lol. Auch wenn, auch wenn, hey, hey, auch wenn, wenn hier jemand hinkommt, dann, äh, wo kommt der, ach so, der Stand da drauf, stimmt. Das geht ja. Ähm. Wenn hier jemand hinkommt, dann, ähm, sehen wir das ja erstens, zweitens. Wir, ähm, wir können da einfach draufkloppen, wenn da so ganz viele sind. Können wir einfach so draufkloppen. Oder, warte, ich hab was voll geil ist. Wo ist denn jetzt der Fenster? Hast du den Fenster? Ah, ich, ich, ich hab's, ich hab's. Ja, wir müssen den unteren Block weghauen. Ja, genau. Das sieht ja überall so aus. Alter, nein. So. Nice. 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 Ja, nice. Einziges Problem ist das Fenster-Gate, ne? Ja, aber. Müssten wir eine Tür hinsetzen. Nee, komm. Avada Kedabra. Lolz! Was denn? Avada Kedabra, hab ich gerade gesagt. Hä? Wieso? Ich wollte gerade sagen, was ist ein Avada Kedabra? Falsch. Aber dann so. Wieso hat er das gesagt? Das ist dieser Boss-Zauber, den, äh, die alle benutzen bei Happy Potter. Ja, ich, ich weiß, was das ist. Ach so. Ja. Ich bin ganz hart. Alter. Alter. Ich finde, der bittersten Zauber ist immer noch, äh, also Ex-Pacto Patronum. Ex-Pateriamus. Ex-Pateriamus und so finde ich ja alles schöne Namen, aber dann, Avada Kedabra, oder, der heißt so, ne? Ich glaube, Avada Kedabra. Avada Kedabra. Hä? Avada Kedabra, glaube ich. Aber die hat sich, die hat, ähm, die hat sich so richtig an Latein orientiert, ne? Ja, ich weiß. Könnte ich gar nicht. Total grässlich. Wäre mir viel zu viel Latein in meinem Buch. Oh, ja. Könnte ich auch nicht, Alter. Alter, guck, guck, jetzt bin ich ja beschäftigt gegangen, ne? Und jetzt sehe ich hier in Skype eine Konversation offen. Was denn? Also eine, keine Ahnung, irgendeine Nachricht oder verpasste Anruf, oder? Oh, also guck, mein, mein Freund, der hatte, ähm, ich habe ihn heute Morgen angeschrieben und gefragt, äh, weil sein Skype-Post ist, Fliege mit Shotgun gekillt, ne? Dann habe ich ihn gefragt, hä, Fliege mit Shotgun gekillt, what the fuck? Und dann er so, ja, äh, dann, äh, hat er mir jetzt gerade geschrieben. Pass auf. Die Fliege war auf meiner Tastatur und ich habe gezielt und Schuss tot. Jetzt ist aber leider die F7-Taste kaputt. Das heißt, er hat mit einer Shotgun, ach, mit einer Softair, er hat so eine 0,7 Softair oder so, keine Ahnung. So eine richtig krasse, die richtig burstet, ihr wisst schon. Ähm, mit der hat er jetzt wahrscheinlich da die Fliege niedergebratzt, aber, na, okay. Ja, das war witzig. Hm. Ähm, ich bin da. Oh, ich wohne noch eine, ich wohne noch zwei Treppen. Und dann sieht das doch alles lieber aus. Was machst du? Die ist oben durchgekommen. Die ist nicht oben. Doch. Das ist oben. Ich soll neben dir stehe und die Spinne springt durch die Hunsert an. My genius. Bist bloß. Unsere, Chest ist voll, Chest ist voll, Chest ist voll, Chest, jsets, Dann habe ich jetzt mal alles, was mit Blumen zu tun hat, nach unten getan. Und mit den Cobblestone von unten nach oben Ok. so ich denke jetzt ist die aufnahme ist ja schon lange noch ja wie lange nehmen wir schon auf zwei stunden ja bestimmt und es ist an der zeit ich mache jetzt noch mal einen test kurz ich habe kurz zwei grieper gespawnt und wird gucken okay diesmal klappt ich hab mal gespannt ich auch wo sind die also gut an jetzt gehe ich in die mitte hey jungs ich finde hier ist es noch ein bisschen zu gefährlich irgendwie hoch zu gehen bei denen können die creeper explizieren hier vorne hoch zu gehen ja aber dann hält man sich einfach mal kurz fern von von einem teil auf jeden fall das mit dem wasser waren auf jeden fall eine coole idee und ja und ich auch ich denke mal jetzt ist lange noch ich habe jetzt auch nicht mehr so den anal dildo ist ja diesen druck den man drauf hat wenn man skybox spielen will dieses gefühl ist jetzt nicht mehr so da und deshalb so da warte witz alter ja deshalb denke ich mal hoffe ich hat euch gefallen das war jetzt nicht so war jetzt nicht so so stark wie sonst war jetzt eher produktiver part ne genau produktive aufnahme session warte ich bin level 2 am besten jetzt nicht töten alter alter rolle nein nein mann ich bin zwei level bitte nicht auf Das war schon Level 2. Na und? Na und? Stimmt eigentlich, solange wir kein Enchantment Table haben. War das knapp? Jetzt hätte ich dich die Treppe runter gesnackt. Bist du verwirrt alter, wie du leckst? Du bist schon wieder so hoch geflogen. Oh mein Gott. Ich war schon weit außerhalb der Plattform und wurde noch geschlagen. Naja, mein Internet zeigt wieder besten Dienst. Ein Internet? Ja und damit wünsche ich, es hat euch gefallen. Und ähm. Ja. Schau, Leute. Alter. Was ist? Du hast mich richtig getrollt. Du bist runtergefahren. Und ich auch. Au. Au. Nein, nein, nein. Du hast dich hier über den Rand rum gemacht. Zieh das rein. Nein. Schade, aber es sieht echt cool aus hier. So ein erstes Geschoss und Erdgeschoss und so weiter. Ja. Okay dann. Äh. Ciao, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, okay. Alter, sonst dauert das wieder zwei Stunden und da habe ich wirklich keinen Bock drauf. Ich will jetzt noch Pizza essen. Okay. Ciao, Leute. Danke fürs Zuschauen. Und äh. Bis zum nächsten. Hoffentlich. Zum nächsten Aufnahmen. Ja. Hoffentlich. Tschüss. Ciao.